Wir haben uns noch mal kontaktiert und gesagt, wir geben dir 60% Rabatt. Ich so, wow, 60% Rabatt, das ist ja cool, da sparst du ja richtig. Hallo Freunde von Zipukit, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute rede ich mal ein bisschen über eine Krankenversicherung, denn die Frage ist ja, brauche ich eine Krankenversicherung? Na, ich sag mal, das, was ich an Unfällen sehe, müsstest du selber entscheiden, aber das ist die Frage so, vergleichbar mit, brauche ich einen Helm? Kannst ja auch ohne Helm fahren. Aber ich persönlich würde lieber mit Helm fahren und ich glaube, das ist auch ein bisschen sicherer. Die Frage ist, wer braucht eine Krankenversicherung? Nun, das hängt schon mal ab von deinem Visum. So, ich musste mal kurz umziehen, es hat angefangen zu regnen und es platschte auf die Linse der Kamera hier. Platsch! Und da habe ich gedacht, oh, hier kommt irgendwas von oben. Also schnell mal umgezogen hier in diesen, ja, Unterstand, sag ich mal, super schön hier. Ich mache mal ein Bild für euch. Und wir waren bei der Frage, wer braucht eine Krankenversicherung? Nun, das entscheidest du hier erstmal für dich selbst, ob du dich versichern möchtest. Aber wenn du ein entsprechendes Visum hast, brauchst du es sogar, bist du dazu verpflichtet. Es ist die Frage, mit welchem Visum du hier leben möchtest. Denn wenn du ein Non-EMI-OA hast, dann bist du sogar dazu verpflichtet. Das heißt, du hast dein Jahresvisum in Deutschland gemacht oder außerhalb von Thailand. Dann hast du ein Non-EMI-OA, bist also ein Rentner, über 50 Jahre alt, hast hier schon ein Konto, wo du entsprechendes Geld hinterlegt hast und musst dann, ja, dafür sorgen, dass du eine Krankenversicherung hast. Und da gibt es eine Liste von Krankenversicherungen, die akzeptiert sind. Da müsstest du im Internet mal googeln, welche das sind. Das ändert sich auch manchmal und manchmal ändert sich auch die Deckungssumme. Anfangs war das eine höhere, mittlerweile sind sie ein bisschen runtergegangen. Der Hintergrund dazu ist, soweit ich weiß, ist wohl, dass einige Leute sich hier haben behandeln lassen und sind dann ohne Bezahlung wieder nach Hause geflogen. Das möchte man jetzt verhindern und haben sie gesagt, gut, wir verpflichten euch dazu. Ich persönlich muss keine Krankenversicherung haben. Wie geht das? Nun, ich bin mit einem TR-Visum hier gekommen, also einem Touristenvisum für 60 Tage und darauf aufbauend habe ich dann ein 3-Monats- und dann ein Jahresvisum gemacht. Ich habe ein Non-EMI-O, nicht O-A. Ich brauche keine Krankenversicherung. Aber ich persönlich sage mal, ich wäre schön doof, wenn ich keine hätte, weil die Unfälle, die ich hier sehe, da ist mal schnell eine Million Teilbart fällig, wenn du da irgendwo auf dem OP liegst und vielleicht noch im ICU bist, also in der Intensivcare. Was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass du überhaupt hier eine Krankenversicherung bekommst? Das kommt am Ende des Films. Also wie immer, stay tuned. Und wir als Auswanderer oder Zuwanderer oder wie auch immer, diejenigen, die hier leben wollen, wir brauchen eine Krankenversicherung. Das ist eine private Krankenversicherung, wie du sie auch aus Deutschland kennst. Und die müssen nicht jeden aufnehmen. Also auch das ist so ein Punkt, musst du daran denken. Es kann auch mal sein, dass deine Versicherung sagt, nö, dich nehmen sie nicht. Warum auch immer. Aber zu den Punkten kommen wir gleich noch. Und jetzt fangen wir erst mal damit an, wie finde ich denn überhaupt eine Krankenversicherung in Thailand? Ich persönlich habe mir jetzt mal ein paar Notizen gemacht. Ich habe hier sechs Punkte gefunden, die eigentlich gar nicht so schwer sind. Das erste ist natürlich ganz klar, einfach mal googeln. Auch in Deutsch oder Englisch, du findest da immer etwas. Dann Facebook, darüber habe ich sehr viel gefunden und auch Kontakte aufgebaut zu solchen Sachen. Es gibt auch Gruppen für Deutsche, die eine Krankenversicherung suchen. Auch das gibt es. Dann ja, Vorschläge auf dem Handy habe ich mir notiert. Wenn wir ehrlich sind, wir haben das Handy irgendwo neben uns liegen und reden mit unserer Frau, Freundin oder irgendjemand über irgendetwas, dann kommt ja manchmal plötzlich Werbung hoch. Magic, 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 wie auch immer das passiert. Aber auch da kommt dann mal plötzlich irgendwas zu Krankenversicherung für Ausländer. Also auch das ist eine Möglichkeit. Wenn das auftaucht, einfach mal drauf tippen. Vielleicht ist da ja was für dich bei. Auf YouTube natürlich suchen, so wie hier auch. Schau dir meinen Kanal an, dann kannst du sehen, zum Beispiel, wie du auswanderst mit 56. Habe ich auch schon gemacht. Hier kann ich den mal hier oben verlinken. Dann kannst du da auch mal sehen, wie man mit 56 auswandern kann. Oder was man hier im Monat bezahlt, was meine persönlichen Kosten sind. Auch das habe ich schon gemacht. Kannst du auch hier oben anklicken. Aber deswegen mache ich den Film jetzt nicht. Einfach nur, um dir zu sagen, YouTube, da gibt es auch Leute, die viel Information liefern. So wie ich es jetzt mache, hat es mir zum Beispiel der Mario von Myland Thailand auch vorher gemacht. Also der hat mir viel geholfen, ohne dass er es weiß. Aber ich habe viel geschaut von ihm. Und ich kann ihn ja eigentlich nur empfehlen, weil er immer einen guten Content hat. Ja, das andere sind Versicherungsbüros und Makler. Auch die sieht man hier, wenn man hier durch die Straßen fährt. Wenn man das Logo kennt von einer Versicherung, das ist vielleicht die Voraussetzung. Dann findet man auch die. Und ganz wichtig, wenn du hier lebst, wirst du wahrscheinlich auch Freunde haben. Also die meisten haben es jedenfalls. Ich habe auch Freunde hier und ich freue mich sehr darüber. Und ich habe sehr nette, vernünftige Menschen hier gefunden. Es hat ein bisschen gedauert, bis man so die Richtigen findet. Aber das ist in Deutschland ja genauso. Also nichts Ungewöhnliches. Und da habe ich dann auch so einige Tipps bekommen von einigen Leuten, die schon ein bisschen länger hier leben und von ein paar Leuten, die schon ein paar Erfahrungen gemacht haben. Und ich habe auch im Internet einige Informationen bekommen, die nicht positiv waren, wo Warnungen ausgesprochen wurden. Ob die immer berechtigt sind, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ja, ich lasse mir gerade hier auf meinem Handy die Vorschau anzeigen, wie es hier so aussieht, was ich gerade filme mit euch. Und ich finde, der Hintergrund sieht irgendwie unecht aus. Aber es ist hier so. Es sieht aus, als würde ich irgendwie vor so einem Greenscreen sitzen oder so. Aber es ist einfach so toll hier. Ich kann euch das mal zeigen. Guckt euch das mal an hier. Ist das nicht cool? Also ich finde dieses Lokal immer wieder toll. Auch im Regen gehe ich hierher. Naja, aber machen wir mal weiter mit dem Content. Es hat ja schon einen Grund, warum ich das hier mache. Nämlich, weil ich euch ein bisschen aufklären möchte zu dem, was ich erlebt habe. Und ich kann euch sagen, ich habe jetzt gerade erst den Abschluss mit einer Krankenversicherung hinter mir. Deswegen habe ich ja auch die ganzen Dokumente etc. da und kann dir erzählen, was ich persönlich so erlebt habe. Also wenn du online suchst, dann heißt es, dass du ja irgendwo auf Facebook oder sonst was irgendwie was hast. Klickst da drauf und kommst auf eine Webseite, eine Landingpage, wie das so schön heißt. Was passiert da? Ach, Sie möchten ein Angebot. Dann hinterlassen Sie mal dies und jenes. Ich möchte aber gar nichts dahinter lassen. Also ich persönlich finde das nicht schön. Ich würde gerne die Preise sehen und mir die Kategorien anschauen und mich dann entscheiden. Aber nein, hier in Thailand fast unmöglich. Eigentlich steht da immer, wie alt sind Sie, wie heißen Sie denn und wie ist Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer. Bitte unbedingt. Ich finde Telefonnummer nicht schön, aber ich habe festgestellt, es geht gar nicht ohne. Jedenfalls nicht in Thailand. Die können dir nicht mal irgendwie was zuschicken, was klipp und klar ist. Das haben sie bisher für mich nicht hinbekommen. Ja, also online Kontakt und dann wird angerufen, ob ich mir das schon angeschaut hätte und was ich denn davon haben möchte. Und ich so, ganz langsam, ganz langsam. Ich muss mir das erstmal durchschauen, erstmal anschauen, weil es ja ganz viele Unterschiede gibt in den Versicherungen. Dann habe ich über Facebook ein Vergleichsportal gefunden. Also jedenfalls haben sie sich so genannt und habe mich da gemeldet und musste dann auch wieder meine ganzen Informationen preisgeben. Und dann hat man mir per E-Mail was geschickt und hat gesagt, ja, guck mal, das gibt es alles, die ganzen Versicherungen. Aber die hier, die ist natürlich nur die. Und irgendwie klingelte es schon bei mir, weil ich habe mal für den AWD gearbeitet, um da aus dem Nähkästchen zu plaudern. Da wurde natürlich auch das Verkauf, was die meisten Provisionen bringt. Tja, das habe ich aber leider später erfahren, nachdem ich da raus war. Nun gut, habe da nicht lange gearbeitet. Hatte wohl seinen Grund. So, und so lief das da auch und ich habe gedacht, okay, 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 irgendwie eine, die heißt Regency, glaube ich. Ich dachte, das wäre eine amerikanische, ist aber eine englische. Hatte da Kontakt zu Personen, die mir was zugeschickt haben und haben dann aber geschrieben, du wirst von einer anderen Person jetzt kontaktiert. Und das fand ich schon mal komisch. Gut, dann wurde ich von einer anderen Person kontaktiert und die hat mir dann ein Preisangebot geschickt. Und dann auch sofort nachgefragt, ob ich das haben möchte, was ich denn haben möchte. Verschiedene Kategorien aufgeteilt, je nachdem, welche Leistung. Erstmal, oben fängt es eigentlich immer an mit der Summe, die du abgedeckt haben möchtest. Ob du mit einer Million, das sind so ungefähr 26.000 Euro, oder 5 Millionen oder 10 Millionen, oder da gibt es Unterschritte, also Unterschiede und Unterschritte auch, das meine ich auch so. Und dann gibt es ja verschiedene Leistungen. Und da musst du wirklich genau nachschauen, was das alles ist. Und es gibt auch Versicherungen, die nicht mal eine Million abdecken, sondern ein bisschen weniger. Aber dann zahlst du natürlich auch weniger Gebühren. Und das war mir eigentlich auch wichtig, weil ich bin jetzt gerade mal 60 geworden und eigentlich gesund. Ich habe kein Problem. Dann sind wir jetzt eigentlich schon bei dem Thema der Unterschiede, der Unterschiede der einzelnen Versicherungen. Und dazu habe ich mir hier ein paar Notizen gemacht. Ich muss da mal eben nochmal raufschauen. Ja, das größte Ding ist irgendwie, welche Leistung willst du denn? Was ist dir denn wichtig? Also was ist denn deine persönliche Geschichte, die dir wichtig ist? Und wie hoch soll die Gesamtabdeckung sein? Und wie ist es mit Einschränkungen zum Beispiel durch Vorerkrankungen? Bluthochdruck könnte zum Beispiel einen Ausschluss bedeuten. Ein Ausschluss bei Herzinfarkt, Schlaganfall und solchen Dingen. Musst du dir überlegen. Vielleicht gibt es auch eine andere Versicherung, die das mit abdeckt. Aber dann zahlst du eben deutlich höhere Beiträge. Das sind dann auch Verhandlungssachen oder Sachen, wo die Versicherung sagt, nö, wir nehmen dich nicht oder nur unter unseren Bedingungen. In welches Krankenhaus willst du denn gehen? Die Frage wird dich jetzt schon wundern. Wie? In welches Krankenhaus? Das nächstgelegene? Ja, das ist vielleicht ein staatliches Krankenhaus. Willst du da wirklich hin? Hast du dir mal ein staatliches Krankenhaus in Teilheit angeguckt? Ich will sie nicht alle über einen Kamm scheren. Und je nach Örtlichkeit werden sie unterschiedlich sein. Und dann ist auch die Frage, wo, also bin ich im Norden oder bin ich irgendwo in einem Touristenort? Aber die gesetzlichen Krankenhäuser, hey, die sind nicht so, dass wir den Standard mögen würden. Also bestimmt nicht. Die sind sehr günstig. Die sind meistens sehr voll. Und ja, was noch hinzukommt ist, meistens musst du deine Familie mitbringen, die dich da ein bisschen pflegt, weil sie kaum Pflegepersonal haben. Die haben zwar Ärzte da und die kommen auch mal vorbei, aber normalerweise kommst du mit deiner Familie da vorbei. Und die pflegen dich dann noch so ein bisschen und sind für dich da. Ich glaube, da möchtest du nicht unbedingt hin. Also möchtest du ein besseres Krankenhaus. Und da haben wir dann viele Kategorien hier, viele, ja, viele Privatkrankenhäuser von Bangkok International Hospital über Mission Hospital über dat, 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 dat. Die einzelnen Abstufungen, welches ist denn das Beste, welches willst du denn, wo fühlst du dich denn am besten aufgehoben? Und dementsprechend sind die Preise, wenn die dich operieren, wenn die, ja, was auch immer, einen Zimmerpreis. Was für ein Zimmer willst du haben? Willst du in so einem großen Raum liegen oder willst du ein Einzelzimmer haben oder ein Zweierzimmer? Willst du ein Zimmer haben mit einem zusätzlichen Bett, wo zum Beispiel dein Partner oder Partnerin bleiben kann? Das ist hier normal. Das passiert hier oft. Ich habe meinen Schwiegervater mal begleitet, oben in Nongbu Olambu. Das ist ziemlich weit oben im Norden. Er ist erkrankt und schon über 90 Jahre alt gewesen, mittlerweile leider verstorben. Und da sind wir ins örtliche Krankenhaus. Ich sage mal, auf dem Lande. Leute, das werdet ihr nicht ertragen können. Also ich persönlich fand es wie das, was ich mal im Fernsehen gesehen habe als Feldlazarett. Viele Leute in einem Raum, wenn abgetrennt, dann einfach nur durch so einen Vorhang. Die Familien liefen dort rum, die die Leute mit versorgt haben. Leute, das wollt ihr nicht, wirklich. Ich glaube nicht, dass ihr das wollt. Wenn ihr vielleicht keine andere Wahl habt, okay, dann müsst ihr da hin. Aber ansonsten Bangkok International Hospital zum Beispiel oder Siri Roy, die gehören zusammen hier. Ja, und dementsprechend wählst du dann auch deine Abdeckung. Ob du dann eine höhere Abdeckung haben möchtest, wo dann auch höhere Zimmerpreise zum Beispiel bezahlt werden. Das ist ja auch mal entscheidend. Und ja, willst du einen privaten Arzt haben, kommt der immer öfters als bei anderen Leuten zum Beispiel. Das macht schon Unterschiede. Dementsprechend wird sich das auch auf den Preis natürlich niederschlagen, den du zu bezahlen hast. Wenn du dich dann für eine Kategorie entschieden hast, so wie zum Beispiel hier oben. Ja, ist ein bisschen windig. Da sind so die einzelnen Kategorien abgebildet, wie hoch denn die Abdeckung sein soll etc. Und dann guckst du mal durch, was da alles so drin ist, was hier so an Unterschieden ist zum Beispiel. Da, guck mal hier. Da sind die Abdeckungen. Das sind die ganzen Krankheiten etc., die du haben könntest. Und, und, und. Hier, seitenweise, seitenweise, seitenweise kannst du dich durcharbeiten mit jeder Krankenkasse. Und die hat immer irgendwas anderes anzubieten. Und dann stehst du da und sagst, na super, was will ich denn? Ist es mir wichtig zum Beispiel, dass ich Krebs abgedeckt habe? Ich habe Krankenkassen gesehen, wo dann stand, ja, 1500 Dollar bei Krebserkrankungen. Was ist denn das? Das ist doch gar nichts. Also, da müsst ihr darauf achten. Die ist natürlich günstig dann, aber das nützt dir ja nichts. Was haben wir dann noch? Ja, dann wählst du eine Kategorie aus und meistens ist es so, dass du dann nicht unbedingt eine höhere später nehmen kannst. Die haben dich für die akzeptiert und höher wird meistens nichts. Aber du kannst runtergehen. Und das könnte zum Beispiel interessant sein mit zunehmendem Alter. Denn deine Krankenkasse nimmt jedes Jahr mehr Beiträge. Und zwar ordentlich. Ich blende dir das mal hier ein. Hier zeige ich dir mal den Sheet, was ich zu bezahlen habe bei der Krankenkasse, die ich jetzt abgeschlossen habe. Und da siehst du, bei 60 Jahren bin ich schon mit 60.000 Hibert dabei im Jahr. Und das aber auch nur inpatient, nicht outpatient. Das heißt, nur im Krankenhaus, nicht außerhalb des Krankenhauses, also beim normalen Doktor. Aber hier kann ich dir beruhigende Dinge erzählen. Meistens sind die Ärzte hier nicht so teuer, dass du davon arm wirst. Und chronische Krankheiten solltest du sowieso zu Hause lassen. Damit bist du besser nicht nach Thailand gekommen. Jetzt habe ich ein befreundetes Pärchen hier und die hatte ich auch mal gefragt, welche Versicherung sie denn empfehlen. Und ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber ich fand das eine tolle Sache und habe gedacht, das machst du auch mal. Und dann habe ich gefragt, habt ihr schon mal Schäden gehabt? Nö, haben wir nicht, aber wir sind sehr zufrieden. Naja, ehrlich gesagt, dann kann man natürlich immer zufrieden sein. Das Ding war aber dann, dass die Frau irgendwie bewusstlos wurde und nicht ansprechbar und war ein bisschen Panik da. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und sie haben versucht, den Krankenwagen anzurufen über die 1669. Das ist die übliche Nummer hier in Thailand. Und am anderen Ende fragte man, ob es denn ein Unfall sei. Und der Mann sagte, nee, 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 die ist bewusstlos und die ist nicht ansprechbar und sie müssen ganz schnell kommen. Und dann sagten die, nee, wenn es kein Unfall ist, kommen wir nicht. Und dann haben wir gesagt, wie bitte? Nein, ihr kommt nicht? Also das haben wir auch schon erlebt. Meiner Frau ging es nicht gut, der Dei. Und haben dort auch angerufen. Die sagten, nö, wir kommen nicht. Ist doch unglaublich, oder? So, die Geschichte ging aber so weiter, dass sie dann doch letztendlich ins Krankenhaus gekommen sind, weil sie von einem privaten Krankenhaus dann, da haben sie direkt angerufen, da ist dann der Krankenwagen gekommen. Gut. Der wiederum hatte aber das Problem, dass er zu ihnen nicht nach Hause kommen konnte. Denn die wohnen so ein bisschen am Berg und das ist in Thailand ja normal. Und die Auffahrt, um da den Berg hoch zu kommen, konnte der Krankenwagen nicht fahren, weil er tiefer gelegt war. Und das siehst du hier immer wieder. Kleinbusse, Krankenwagen, vorne mit so einer sportlichen Schürze. Ja, super. Komm leider die Auffahrt nicht hoch. Also müsst ihr denen irgendwie entgegenkommen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Welcome to Thailand. Worüber wir aber jetzt sprechen müssen, ist die Leistung. Weil da habe ich ja angefangen, drüber zu sprechen. Bist du denn zufrieden mit deiner Krankenkasse? Und das war ja vor. Ja, bin ich. Kann ich auch völlig nachvollziehen. Aber dann war die Behandlung und es wurde eine Nacht fällig im Krankenhaus. Und es wurde ein CT gemacht und noch so andere Dinge, die ein bisschen Geld kosten. Und man hatte seine Krankenkarte vorne abgegeben und die sagten, warte mal ab. Und letztendlich ist es abgelehnt worden, die Krankenkasse anzunehmen, also diese Karte anzunehmen. Und es hieß dann, zahlt das man erstmal selbst und die Krankenkasse übernimmt das dann für euch. Nun gut, das war kein großes Problem, aber es war erstmal eine Enttäuschung da. Ja, warum so, aber nun gut, war halt so. Letztendlich ist es dann aber so gelaufen, dass die Krankenkasse, die liebe, liebe Krankenkasse gesagt hat, ja, nee, vielleicht war da eine Vorerkrankung da. Das wissen wir ja gar nicht. Das überprüfen wir jetzt erstmal 90 Tage und dann kommen wir auf euch zurück und vielleicht übernehmen wir es dann ja. Und da habe ich gedacht, willst du so eine Krankenversicherung haben? Ich habe gedacht, Schande, nein, nein, das ist glaube ich nicht das, was ich will. Was soll ich denn jetzt tun? Der hat so gut darüber gesprochen, über seine Versicherung. Jetzt ist es doch irgendwie nicht mehr. Also für mich nicht mehr die erste Wahl. Was soll ich denn jetzt tun? Also was soll ich denn jetzt tun? Ich habe ein ganz tolles Angebot gehabt online. Super von dieser Vergleichsfirma, sage ich mal, die mir dann mit der, ich glaube, Regency rauskam und mir ein Angebot gemacht haben, was preislich interessant war. Es war so bei 40.000 Teilbart. Aber auch nur eine Abdeckung von, weiß nicht, also wenig, war nicht so viel. Ich habe die dann ein bisschen hingehalten und habe gesagt, ich weiß noch nicht, ich bin noch nicht so entschieden. Und dann kamen mehr und mehr Angebote. Und dann kurz bevor ich mich dann auch entscheiden wollte, weil so zum Ende September wollte ich die Entscheidung für mich selbst finden, haben die mich dann nochmal kontaktiert und gesagt, wir geben dir 60 Prozent Rabatt. Und ich so, wow, 60 Prozent Rabatt, das ist ja cool, da sparst du ja richtig. Ja, hm, dann habe ich mich mit meiner Frau unterhalten und die sagt, nee, das möchte ich nicht. Ich sage, warum denn nicht? Du hast eine Krankenkasse irgendwo im Internet, sagt sie. Was ist denn, wenn du wirklich krank bist und dich nicht mehr irgendwie wehren kannst und nicht mehr das selbst managen kann? Was soll ich denn machen? Mit wem soll ich denn reden? Ich möchte das nicht. Kannst du das bitte, kannst du nicht irgendjemanden hier auf der Insel finden? Ah, habe ich gedacht, gut, da hat sie recht. Da hat sie recht. Und sie hat Erfahrung, sie hat ja nun schon einen Ehemann gehabt, der leider verstorben ist. Und sie hat ihn bis zum Ende gepflegt und hat dann natürlich auch mit Krankenkassen und Hospitälern etc. sprechen können. Das kannst du sonst nicht, wenn du keinen Ansprechpartner hast. Also war ihr das wichtig? Also meine Online-Angebote waren irgendwie nicht mehr so das, was ich da erst gedacht habe. Dann habe ich weiter herumgefragt bei Freunden, auch bei denen, was ich dir erzählt habe. Und durch meinen YouTube-Kanal habe ich eine deutsche Ärztin kennengelernt. Ja, super. Also wirklich toll. Habe ich mich super darüber gefreut, weil sie nämlich auch auswandern will. Und sie hat sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Habe mir gedacht, wow, toll. Das ist ja klasse. Danke, Uschi, an dieser Stelle. Ganz persönlich an dich. So. Und die hat mir auch sehr weitergeholfen. Und da habe ich so mein Wissen aufgebaut hin und her. Und die hat jemanden in Ruhe hingefunden, mit dem sie da eine Krankenkasse abschließen würde oder einen Vertrag machen würde. Ich nun hier in Phuket. Also war es mir irgendwie lieb, in Phuket was zu finden. Hm. Und alle reden immer schön über die AXA. Oh, das ist cool. Da setze ich mal mit auseinander. Da bin ich ins Büro gefahren. Es gibt den Phuket-Town AXA-Büro. Habe mich da beraten lassen. Super nette Frau. Wirklich, sprach gut Englisch. Und habe mir alles erklärt. Und sage, guck mal hier. Das ist hier nicht so teuer. Da hast du eine Abdeckung hier. Kannst du dir aussuchen. Eine Million. Oder zwei Millionen. Oder fünf Millionen. Oder zehn Millionen Abdeckungen. Was möchtest du denn haben? Da unter siehst du die Kategorien, was wir alles abdecken. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja super. Das ist ja toll. Und bezahlbar. Ja, dann habe ich aber gehört, dass es gut ist, wenn du einen Agenten hast. Und ich kenne so eine Agentur hier, die sich um Steuern kümmert. Um die Immobilien, wenn die Leute nicht da sind. Und wenn Leute Firmen haben, Ausländer, die Firmen haben. So eine Agentur. Und der verkauft auch Versicherung. Und dann bin ich zu ihm hin. Ich sage, Mensch, willst du mir nicht die Versicherung verkaufen? Ich bezahle das Gleiche. Aber ich habe dann jemanden, der für mich eintritt. Und er sagte, ja, klar, kann ich machen. Ich habe da nicht so viel Ahnung von, aber ich habe das auch. Gut. Also habe ich mich mit dem unterhalten. Und dann habe ich noch mal andere Freunde gefragt. Und ich habe gesagt, ja, hier, da in dem Café, da ist jemand, der kennt auch noch jemanden. Auch Axel. Ich sage, ja, das kann ja nichts anderes sein. Und jetzt kommt es. Achtung, 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 Achtung. Das werdet ihr nicht glauben, was ich euch jetzt erzählen kann. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Guckt euch mal an, was hier steht. Das ist das AXA-Logo drauf. Siehst du das? Also, AXA. Und was siehst du hier? Das ist das AXA-Logo und noch etwas daneben. Ja, Krumm-Thai. AXA-Krumm-Thai. Und das ist nicht die gleiche Versicherung. Und du denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was nun? Ja, und nun habe ich also durch die Ärztin erfahren, mit der ich gesprochen habe, dass so präferiert wird, die erste beste Versicherung in Thailand soll wohl die April sein. Danach kommt die AXA und dann die Pacific Cross. Es gibt noch viele, viele mehr. Aber das sind so die, von denen ich auch immer viel höre. Und dann gibt es noch die WR Live. Und da habe ich so viele im Internet von gelesen, dass Leute Warnungen ausgesprochen haben. Ich kann dazu auch nochmal einen Link reinsetzen zu Facebook, wo jemand da auf Deutsch mal wirklich recherchiert hat, und sagt, die Firma ist nicht mal registriert. Angeblich ist sie schon 30 Jahre im Markt. Ist aber alles nicht wahr. Die ist erst seit 2015 im Markt und irgendwie nicht mal in England, wo sie ansässig sein soll, richtig registriert. Also, ich sage es mal, ich habe es nicht überprüft. Ich gebe mal nur das weiter, was ich da gelesen habe. Ich nehme die Finger davon weg. Und da waren viele, die gesagt haben, die haben nicht bezahlt. Ja, dann nützen mir auch günstige Bedingungen nichts und auch Einstieg in ein hohes Alter nützt mir dann auch nichts. Dann habe ich mich mit der Dame unterhalten, die ja diese Versicherung vertritt. Also, die AXA mit dem zusätzlichen thailändischen Namen, Kumtai. Und siehe da, die hat ganz andere Angebote als die AXA. Und die sagt, ja, die andere AXA, die macht so KFZ-Versicherungen, die macht auch Krankenversicherungen so nebenbei, aber das sind wir gar nicht. Wir decken so und so ab und wir fangen mal so bei 10 Millionen an. Ich so, oh, ist ja unbezahlbar. Ich persönlich kann nur sagen, wow, ich bin ganz begeistert, weil die nämlich, und jetzt kommen wir wieder zu einem Punkt, die, die hat gesagt, wir nehmen dich nicht ohne Voruntersuchung. Und da habe ich gesagt, geil, genauso will ich das haben. Genau so will ich das haben. Dann könnt ihr nämlich niemals sagen, das hast du schon vorgehabt. Also können sie Leistung nicht ablehnen. Können sie vielleicht. Aber du hast ja einen Beweis, dass du vorher gesund warst, als du eingetreten bist in die Krankenversicherung. Und das halte ich für essential, das halte ich für ganz, ganz, ganz wichtig. So, jetzt wird bezahlt. Aber wir bezahlen nicht. Unsere liebe Agentin bezahlt. Ja, und alles, was ich mir an Wissen angeeignet habe über diese normale Achse, war plötzlich für die Katz. Und ich habe gedacht, na super. Was du hier siehst, sind zum Beispiel Sachen, dass hier Unterschiede sind. Je nachdem, welchen Vertrag du abgeschlossen hast, bekommst du hier diese entsprechenden Summen bei einem Fall, der hier vorne dann erwähnt ist. Hier auch, nächste Seite auch und, 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 und. Du findest das jetzt immer überall. Weil manche Dinge sind voll abgedeckt, manche Dinge sind gar nicht abgedeckt, manche Dinge zu einer bestimmten Summe abgedeckt. Damit konnte ich leben und hatte mich da für einen Vertrag oder für einen, wie soll man sagen, eine Kategorie entschieden. Und habe mir da auch schon, ja, den Preis geben lassen, etc. Und dann kommt die junge Frau und sagt, nö, das ist bei uns aber alles ganz anders. Guck mal, bei uns sieht das jetzt wiederum so aus. Und bei uns ist der Unterschied, das ist die zweite Seite, fangen wir mal mit der ersten Seite an hier, so. Und bei uns ist der Unterschied der Zimmerpreis. Also wir decken ab in der ersten Kategorie bis 1.500 Bart, in der zweiten Kategorie bis 3.000 Teilbart. Das ist der Zimmerpreis, den sie übernehmen. Also wenn ich jetzt hier Bronze mache, das habe ich zum Beispiel in der zweiten hier, bin ich mit 10 Millionen abgedeckt, maximale Summe. Das ist schon eine ganze Menge. Ich kann bis 3.000 Teilbart das Zimmer wählen, was oftmals aber nicht ausreicht. Aber was du hier sehen kannst, ist, sie übernehmen alles. Sie übernehmen alles. Hier auch auf der zweiten Seite. Und ich habe diese Vorprüfung. Ich finde es mega. Ich finde es richtig gut. Also mir gefällt das gut. So habe ich mir das vorgestellt. Und ich habe eine Ansprechpartnerin. Die ist zu mir nach Hause gekommen. Die hat mit mir und meiner Frau gesprochen. Also auch das finde ich gut. Wir haben eine Thai, die Englisch spricht und uns das Ganze nochmal erklärt hat. Ich kann mir vorstellen, dass du das Folgende kaum glauben kannst. Ich habe ja eben davon gesprochen, dass ein Zimmerpreis von 3.000 Teilbart bei mir abgedeckt ist, bei einer Gesamtabdeckungssumme von 10 Millionen. Das ist eigentlich nicht so viel. Ich habe gedacht, das reicht völlig aus. Und die sagten, nee, also wenn du ins Bangkok International Hospital gehst, dann reicht das eigentlich nur selten. Ja, aber das Schöne ist, du kannst ins Nebenhospital gehen, das Siri Roy, das gehört dazu. Und da sind die Preise ein bisschen geringer. Nun gut, auch das geht. Und dann sagt sie noch, aber zur Zeit kannst du auch ins Bangkok International Hospital gehen, weil wir gerade Angebot haben. Wir haben mit denen verhandelt, dass du für deinen Preis ein Zimmer bekommst, was den Wert von 6.200 Teilbart hat pro Tag oder pro Nacht. Und da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil das fand ich jetzt doch ungewöhnlich. Ja, so was gibt es hier. Also sie sagt, ja, bis zum Jahresende haben wir das verhandelt. Was nächstes Jahr ist, wissen wir nicht. Da haben wir vielleicht andere Sachen. Also, sagt sie, wann immer du ins Krankenhaus gehen musst, ruf mich an. Okay, gut, alles klar, mache ich. Also, um zu mir zu kommen, ich habe mich für die Krungentei AXA entschieden. Denn auch wenn es andere gibt, natürlich gibt es immer andere. April soll super gut sein. Die Pacific Cross soll auch gut sein. Ich habe von Leuten gehört, die sich darüber beschwert haben, dass sie nicht bezahlen. Aber man muss auch immer die Bedingungen beachten und muss da fair bleiben. Das, was sie anbieten, bezahlen sie auch. Und was eben nicht drin ist, wird eben nicht bezahlt. Und dann kann man auch rummeckern und das nützt gar nichts. Das wird nichts ändern. Ja, was ich natürlich an meiner gut finde, ist, dass ich erst im Krankenhaus war. Hier ist so ein Laufzettel vom Bangkok International Hospital, wo wir zusammen waren, wo Blutdruck gemessen wurde, Gewicht, Größe, wo eine Urinprobe abgegeben wurde vor Ort, die auch gleich überprüft wurde, etc. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann wird das eingeschickt nach Bangkok, die Ergebnisse. Und ja, dann gibt es Agreement oder nicht Agreement. Also, sie nehmen dich an oder nehmen dich nicht an. Ich persönlich finde es gut. Was ich auch mittlerweile habe, ist, alles habe ich per WhatsApp bekommen und auch per SMS. Die ganzen Vertragsnummern sind schon alles da. Ich habe die offizielle Polizei noch nicht per Post bekommen, aber ich habe schon den Postverfolgungscode bekommen. Also, es ist jetzt gerade auf dem Weg zu mir, dann kriege ich die Karte. Und ich habe eine App. Und das finde ich auch super. Auf der App hast du auch deine Karte drauf. Auf die kannst du öffnen und vorzeigen, so wie man das heutzutage macht. Und dort sind auch lokal alle Hospitäler abgebildet. Das zeigt dir auch, welche sie komplett abdecken und welche dann eben im Preis drüber sind, wo du dann ein bisschen für dein Zimmer dazu bezahlen musst. Wäre ja auch nicht so dramatisch, denke ich mal. Das finde ich alles gut. Und ja, soll ich Werbung machen für die junge Dame? Ich weiß es nicht. Wer sich dafür interessiert, mit meiner Agentin zusammenzukommen, kann mir ja eine E-Mail schreiben. Unten in der Beschreibung ist immer meine E-Mail drin. Sie pucket eins. Nicht vergessen, die eins damit reinzusetzen mit gmail.com. Und dann leite ich das gerne an sie weiter. Dann kann sie sich mit euch mal unterhalten. Sie schreibt auch WhatsApp. Sie ist nicht perfekt in Englisch. Natürlich nicht. Aber sie kann die grundlegenden Fragen beantworten. Und ich finde sie schon ganz in Ordnung. Macht mir's. Dann kommen wir jetzt zu dem, was ich dir versprochen habe, nämlich die Voraussetzungen. Das ist jetzt das Letzte für heute. Die Voraussetzungen. Fangen wir mal damit an mit deinem Alter. Du solltest nicht allzu alt sein. Denn einige Krankenkassen nehmen dich gar nicht mehr auf, wenn du zu alt bist. Also ich habe ja zugesehen, dass ich so bis 60 unter das Dach komme, weil manche schon bei 65 Schwierigkeiten machen. Manche bei 75, manche bei 70. Danach nehmen sie dann teilweise nicht mehr auf oder versichern gar nicht mehr. Manche beenden auch die Versicherung schon viel früher. Oder du kannst einsteigen, aber dann hören sie irgendwo auf, wo du es gar nicht willst, weil du vielleicht doch ein bisschen älter wirst, als du gedacht hast. Ja, das ist das eine, nicht zu alt sein. Dann solltest du gesund sein oder nur geringfügige Vorerkrankungen mitbringen, wenn du chronische Krankheiten hast. Ich glaube, das wird eng. Ganz ehrlich. Daran scheitert es bei so einigen, die nach Thailand kommen wollen. Dann das nächste, die finanziellen Mittel. Du hast vielleicht schon gesehen, 60.000 zahle ich. Im nächsten Jahr zahle ich, glaube ich, 66.000. Danach zahle ich, glaube ich, 71.000. Jedes Jahr geht das hoch, 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 hoch. Ich, wenn ich mich nicht irre, bin ich, glaube ich, wenn ich 75 bin oder 80, bin ich irgendwie bei 175.000 Teilbar. Ich weiß gar nicht, ob das bezahlen will und kann. Ja, das ist das. Und dann brauchst du einen Wohnsitz in Thailand. Ja, das sind die Voraussetzungen. Schön, dass du wieder dabei gewesen bist. Vielen Dank. Daumen hoch geben. Abo dalassen hast du wahrscheinlich sowieso schon. Und wir sehen uns im nächsten Film, wenn es wieder um Auswanderung geht. Oder wenn ich euch ein bisschen was Schönes von Phuket, beziehungsweise irgendwo auch außerhalb Phukets in Thailand. Es steht eine Fahrt in den Norden an. Das werde ich auch filmen. Und ich zeige euch wieder ein bisschen was vom Isan. Also wie immer, stay tuned. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.